Hallo zu Call of Duty Modem Warfare. Kommen wir jetzt nun zu Zirkustour Trophäen Guide. Tönen Sie mindestens ein Feind im The Raiding Place, Aural Chick und beiden U-Bahn Stationen. Hier sind wir jetzt gerade bei der U-Bahn Station als erstes. Danach bewegen wir uns zu Aural Chick. Dann haben wir hier die zweite U-Bahn. Hier müsst ihr jetzt so gesehen triggern, dass jetzt dieser Bombentut kommt. Den müsst ihr hier unten erledigen, damit das zählt. Und jetzt gehen wir eben halt zur Raiding Place. Das ist das da drüben mit den oberen Fenstern, wo eben halt die Gegner schießen. Und da sollt ihr eben halt unten, da werdet ihr wohl einen Gegner treffen, auch erledigen. Ihr könnt aber auch irgendeine anderen erledigen, je nachdem. Aber dann müsst ihr eben halt jeweils diese, einen Gegner erledigt haben. Dann haben wir hier bei Jagdgesellschaft die nächste Trophäe. Es ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich würde euch jetzt einfach zeigen, hier seht ihr eben halt welche Drahte. Jetzt fragt ihr euch, wie soll ich die hier eben halt zerstören? Dann nehmt ihr einfach die Granate, hält die in deiner bestimmten Zeit und dann schmeißt sie hier hin und dann gehen die halt kaputt. Ihr könnt eben halt beliebige Sachen, die das halt triggern und zerstören, könnt ihr dann nutzen, um eben halt diesen Achievement zu bekommen. Also das ist recht ganz einfach zu bekommen. Ihr könnt das in vielen verschiedenen Spots nutzen. Dann haben wir eben halt diese Mission, wo ihr eben halt bei den Highway diese BTVs aufhalten müsst. Drei Stück müsst ihr aufhalten. Diese könnt ihr eben halt nur aufhalten, wenn ihr mindestens von den drei Reifen erwischt habt. Da muss man halt immer ein bisschen gucken wegen der Windstärke, weil hier die Snapper wesentlich anders denn eben halt reagieren tut. Da muss ihr eben mal gucken. Ja und somit habt ihr eben halt hier die nächste Trophäe. Die ganzen anderen Trophäen hier in Mode und Wurfe sind auch wirklich gar nicht so schwer. Also das haben wir auch, weil ich hier jetzt Platin erreicht, genauso wie meinesfalls, wo ich jetzt auch Platin erreicht habe gestern. Ist auf jeden Fall machbar und auch, ja, braucht ihr nicht so lange, um eben halt das Spiel zu kompleten. Ich danke auch für's Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, würde mich drüber freuen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei Mode und Wurfe, haut rein.